Hallöchen ihr Lieben! Am Samstag, den 24. November, lädt die Stars und Sternchen-Party zum 20. Jubiläum in die Kröpke-Passage in Hannover ein. Ab 22 Uhr feiern wir gemeinsam mit euch in vorweihnachtlicher Stimmung für den guten Zweck. Die aufgeweckte und lebensfrohe Sängerin Luna wird uns an diesem Abend die kalten Wintertage mit ihren rhythmischen Songs und einer tollen Performance versüßen. Die charismatische Niederländerin ist mit weltweit über 10 Millionen verkauften Tonträgern seit Jahren die erfolgreichste Latin-Pop-Künstlerin Europas. Bereits im Jahre 1999 brachte die Echo-Gewinnerin unsere Hüften mit ihrem Nummer-Eins-Hit Bailando zum Schwingen. Bailando, bailando, amigos, adios! Ich sag nicht adios, ich sag hola! Ganz bald sehen wir uns bei Stars und Sternchen den 24. November in Hannover natürlich. Ich freue mich wahnsinnig. In der Kröpke-Passage werden wir eine coole Party legen. Bis dann und hasta luego! Ciao! Natürlich haben wir in diesem Abend noch mehr hübsche Unterstützung vor Ort. Sila Sahin, bekannt aus der erfolgreichen RTL-Show Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schon lange setzt sie sich für gute Zwecke ein. Seit Jahren hilft sie ehrenamtlich in Tierheimen und engagiert sich für die Tierrechtsorganisation PETA. Doch ihr Herz schlägt nicht allein für Tiere. Sila wird als Schirmherrin der Charity-Organisation Kinderherz Hannover bei der Stars und Sternchen dabei sein und tatkräftig beim Spendensammeln für herzkranke Kinder helfen. Sie freut sich schon sehr, euch alle dort zu begrüßen. Vor und nach den Live-Auftritten wird DJ JR während der Aftershow-Party für heiße Beats und coole Stimmung sorgen. Unsere Gäste bei der Stars und Sternchen waren bereits das Polizisten-Duo Toto und Harry, Moderatorin Gianna Ina und Sänger Giovanni Zarella, die Popstars-Band Queensberry, Sängerin und Echo-Gewinnerin Cassandra Steen, Sänger Martin Kesici, Hannover 96 Coach Mirko Slomka, Sänger und Entertainer Ross Anthony, Moderatorin und Tänzerin Isabel Edwatson und noch viele mehr. Für euch heißt es also jetzt schnell Kartensichern und zwar im Vorverkauf unter starsundsternchen-hannover.de, in der Kamastraße bei Motzigkeit oder bei Bank und Olufsen direkt hier in der Kröpke-Passage Hannover. Also ihr Lieben, nicht vergessen, feiert am Samstag, den 24. November ab 22 Uhr zusammen mit uns das 20. Jubiläum der Stars und Sternchen-Party in der Kröpke-Passage Hannover. Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch! Ich freue mich auf euch!